Wir waren vor zwei Jahren mal in Barcelona im Stadion, das war schon cool, haben sie gegen Sevilla gespielt. Das haben wir auch gemacht, das Camp Nouma, so begutachtet, wobei da war ich ganz schön enttäuscht gewesen, weil das ist ja doch ganz schön maraudet, das Ding. Ja, aber das ist schon beeindruckend, finde ich, was für ein riesen Tempel. Ich glaube, wir waren nachher ein Spiel damals dabei, Valencia war das, da hat Barcelona 3-0 gewonnen, Messi hat alle drei Ventures. Aber die Stimmung, die ich habe, da glaube ich, da war ein Mainz-Mail ausgewiesen im alten Stadion im Bruchwäsch, wie da in dem Krause. Du bekommst von mir zum Abschied, wie weinst du, fünf Gummibärchen in der Rotpiratin, in der Rotpiratin sage ich schon, ich muss es leider nochmal sagen, sorry.